Die Umsetzungsmöglichkeiten für einen Werbefilm sind sehr vielfältig, weil es tatsächlich das aufwendigste Format ist, das wir anbieten. Hier gibt es nur wenige Grenzen. Wir können hier Zeitraffer erstellen, wir können hier Kamerafahrten machen, wir können Drohnenflüge machen, wir können mit einem Kamerakran arbeiten, wir können mit Schauspielern arbeiten, wir können irgendwie auf einem Boot fahren, wir können auf die Rennstrecke gehen, da mit einem Sportwagen fahren. Also ja, vieles, was Sie sich vorstellen können, ist in diesem Format möglich.